jo leute was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ich bin squeezy und ja heute seht ihr wie ihr es auch im hintergrund sieht ein fortnite video solo gegen squad 18 kills epischer sieg leute so muss es sein auf jeden fall war es echt eine heftige runde es war wirklich eine sehr gute runde und im hintergrund werdet ihr jetzt kein kommentar und ihr werdet nur musik im hintergrund hören weil ich hier mit einem kollegen sehr viel privates besprochen habe beziehungsweise mit ihm über etwas geredet habe sehr viel privat und man auch hintergrundgeheuchert und sehr viel weiteres und ich hoffe ihr könnt verstehen dass man jetzt einfach das was ich hier in der runde alles gesagt hat nicht hört also wenn ihr es nicht hört also ich hoffe ihr versteht und ähm ja ich würde sagen ich lasse jetzt halt mal hintergrundmusik laufen und wenn ihr es noch nicht getan habt lasst ein kostenloses abo da ladet euch fortnite herunter und ja lasst ein like da teilt dieses video weiter und schreibt hashtag vbugs oder vbugs in die kommentare um am gewinnspiel teilnehmen zu können und ansonsten würde ich sagen aktiviert die glocke um keine weiteren videos mehr zu verpassen haut rein bis zum nächsten video und ciao bis zum nächsten video Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.